Einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr Wein so gerne mögt wie wir, dann kennt ihr bestimmt die folgende Szene. Man macht eine Flasche auf, die trinkt man relativ entspannt, dann macht man eine zweite auf und man denkt zu zweit schafft man die zweite auch noch und steht dann halbwegs durch den Wein fest. Das war ein bisschen viel. Dann geht man in die Küche, sucht den alten Korken, findet den alten Korken vielleicht nicht mit einem anderen alten Korken, drückt ihn in die Flasche rein und hofft, dass der Wein gut ist. Aber am nächsten Tag so sieht es aus. Genau. Das funktioniert nämlich nicht wirklich gut. Daher heute was ganz Besonderes von Menü aus Dänemark. Jakob Wegner, wieder genialer Designer, hat ein Vakuumstopper designt, entwickelt, gefunden. Ein Vakuumstopper ist ziemlich geniales. Gummiteil unten, Edelstahl oben, in der Mitte eine Pumpe. In dieser Pumpe wird durch diese Löcher da unten die Luft aus der Flasche rausgesaugt, Vakuum kreiert. Vakuum heißt, Wein hält sich länger. Wenn Wein weiter getrunken werden soll, nächsten Tag, Tag darauf, Tag darauf, Korken rausnehmen, fertig. Wie geht das in der Realität? Die ist von gestern Abend. Die sind locker entfernt worden. Korken rauf. Ein bisschen pumpen. So 10-15 Mal und plötzlich beginnt man einen leichten Zug zu fühlen. Das ist nicht dann, wenn die Luft aus der Flasche entweicht, herausgepumpt wird. Und noch ein bisschen weiter pumpen dauert es nicht. 20 Sekunden maximal. Und schon zieht sich die Korken bzw. die Pumpe richtig ordentlich mit dem Druck nach unten. So soll das auch sein. Jetzt ist die Flasche zu. Hält sich so abgeschlossen für sechs Tage luftdicht. Das heißt, dass der Wein sechs Tage lang genauso gut sein sollte, wie er am ersten Tag war. Wenn man etwas trinken möchte, ganz einfach, einfach nur den untere Gummi-Teil, flexibel, rausziehen. Habt ihr das gehört? Das ist das Vakuum, das entweichen ist und fertig. Und schon kann man das wieder genießen. Wie gesagt, unten Gummi, schön weich. So. Oben in Edelstahl. Gibt es übrigens auch in der zweiten Variante. Oben aus Polycarbonat. Sieht auch ziemlich entspannt aus. Ist nämlich halbwegs durchsichtig. Das heißt, man kann die ganzen Innenteile davon sehen. Also so pumpt, kann man sehen, was da innen drin passiert. Und ja, von Menü aus Dänemark. Für all diejenigen, die weinen mögen. Genau das Richtige. Herzlichen Dank. Einen wunderbaren Tag noch.